na gut das aber normal oder aber wir hatten auch diesmal keine großen sachen hier wo na wo es lange gedauert hat irgendwie ja warte ich muss ganz gut die eine runde hier im strafgefängnis da habe ich irgendwie keine ahnung mit so nur eine runde eingestellt das war ein bisschen blöde weil wie gesagt ich habe die beider nicht relativ wie sie mit geholt und danach war die runde vorbei also das ding in zwei minuten und dann waren wir durch alter stellt dann für nächste woche wieder eine pläne also das kannst du gerne wieder reinnehmen aber dann halt ein bisschen mehr allerdings ich würde mal sagen dass mit den mit den mit den mit den monsters dann sonst machen wir irgendwann mal wieder extra wenn man irgendein abend haben wo wir spontan spielen ja ja da war jetzt alles alles anders geplant aber nun ja machen wir es halt so heute ich weiß es hat ja spaß gemacht war gerade jetzt so eine kleine phase dabei vorhin aber ich denke das kriegen haben wir jetzt wieder alles ein bisschen hinbekommen jetzt läuft ja wieder ganz schön ganz schön haben alle ladekabel an ihren controller ja mal trotz aber dann nur wieder raus naja ich bin ja ganz normal weil dein ding und stimme wieder raus okay gut weil wir sozusagen schreit aber ja irgendjemand brummt jetzt das kann vielleicht bei mir sein weil ich doch jetzt lade nebenbei oder ich muss auch alles gut so so das ist was mit autos das kann dafür markus was gutes ist ich sage jetzt auch unter ja ja das ist ja 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 aber die ramp wir sind wenigstens noch anständig wie vorhin wurde dann mitten in der rampe hängen geblieben bist du ja was für eine rampe wir haben noch ganz gesehen wenn du dich war doch im ladebildschirm oder ging das nicht schon zu Ende jetzt ohne scheiß ich habe wirklich nicht gesehen ich habe nur gesehen da brauchst du was war ich mit jascha so sieht die mitte aus ich meine ja ich kann es verstehen nach einem leben und die worden schlecht ist aber das ein bisschen übertrieben also es werde ich war eigentlich dabei ist gerade noch ein bisschen zu orientieren das war wie geht das jetzt überhaupt oder jetzt tot was schießen ja ich sehe gar nicht da muss man auf die map gucken da siehst du auch die autos das war ich erwischt aber ich bin noch davon gekommen ich habe mich jetzt auch erwischt leicht aber ich habe eigentlich nur klein kratzer der ball ich wusste ich weiß gar nicht wo lang es ging ich bin die ganze zeit hier am spielen jetzt weiß ich wo es lang geht ich habe noch vorbei ist euch das aufgefallen ja ich habe den hauch gespielt ich habe ihn aber erwischt also ich bin aus dem auto raus ich liegt da irgendwo so lange sagt wie du reagiert hat gereicht wir haben gewonnen ich war das war das war tatsächlich jetzt auch absichtlich wollte eigentlich tatsächlich nur das auto mitnehmen dass ich das aber drauf gehe war mir den moment egal das war komplett absicht gerade so hallo geht es mal weiter hallo ja der erste runde haben wir mitgekriegt aber da morgens dazu haben wir gar nicht mitgespielt das spielte im gottmode das ist einfach mal in der ersten runde das ist markus ein bisschen zu schnell angeht tut mir leid in der ersten runde wollte ich einfach nur ganz schnell zu gewonnen das war einfach ich wollte sie so schnell penetrieren das ging mir anders ich schwäme schon wieder in der luft ich auch und diesmal falle ich nicht runter ihr wisst doch yvonne und ich das ist ja so entscheide schnell da morgens schon wieder unterwegs wir warten eigentlich nur hier oben gerade ein bisschen das gemacht habe ich nicht noch mitgenommen irgendjemand ist grad von mir voll weg geschallt worden von euch gestorben auf jeden fall ich habe gedacht ich könnte vielleicht die ablegung von sven ausnutzen auch nicht geklappt ähm was hast du jetzt gerade hier ich hab Sven einfach nur mitgenommen warum also Lucas warum ist Svens Banane krumm man kann sich hinten machen es nein was nein die nächste Runde müssen wir gewinnen wie sich Sven gerade selber beim Niveau abdriften erwischt so oh ne 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 aber Baby hat einfach zwei Leute geholt und ist selber nicht gestorben ja aber bei mir war es ein bisschen Glück gehabt weil er eigentlich das Auto noch abgekriegt hat aber können sich doch die Männer auch freuen wenn er zwei geholt hat ja damit kämpft Baby sich eigentlich aus mit zwei gleichzeitig owa manchmal auch drei ich zähl schon kommen dass die wieder beide sterben außer außer ich bin da weil ich zähl für drei oder Ivan kein Kommentar ja musst du auch nicht unsere Körpersprache sagt alles wenn wir zusammen sind zu viel input bitte lieber Output das sagt sie auch ja da sagt sie öfters ja aber o o o alter ihr kommt da vorbeigeschossen ey den hab ich überhaupt nicht mit geschnitten ich hab nein Bibi ist weg ja 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 die olutely aber ich hab's sobeide erledigt so geil das war gerade eine sehr gute präsentation von cap total kopflos also mark hat das ding gewonnen ja sehr wahrscheinlich ja sein denn er holt jetzt null punkte und wir kommen zwölf oder fünf oder 13 oder 15 das kann natürlich auch sein also ich weiß nicht nur spiel zu spiel ist